Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Wie ihr mit einem Blick auf den Kalender seht, es ist wieder der erste Sonntag im Monat. Das heißt, ich zeige euch, was ich letzten Monat bestellt habe und in meinem Fall also alles vom November. Das könnte ganz interessant werden, weil ja, das ist der Monat vor Weihnachten. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch bestellt und deswegen fangen wir gleich mal an. Als allererstes habe ich bestellt am 4. November einen neuen Gürtel. Nichts Besonderes, einfach einen neuen Gürtel für mich. Ähm, ja, für 18,90 Euro, ich glaube. Ne, 14,95 Euro und 18,90 Euro war letztendlich mit Versand. Also 14,95 Euro hat der Gürtel gekostet und ja, kam am 6.11. wurde er zugestellt. Also am 4. bestellt, am 6. gekommen. Dann habe ich bestellt am 5. November, also schon das erste Weihnachtsgeschenk sozusagen, ein PS4-Spiel für Jonas. China, Pride of Spirits heißt das. Genau, das kam an am 19.11. und hat gekostet 44,99 Euro. Dann habe ich bestellt, ihr kennt ja unsere, ähm, ja, ich habe euch ja schon mal in so einem Video gezeigt, dass wir uns Steingutgeschirr bestellt haben und da fehlten halt einfach noch Schüsseln dazu und die habe ich bestellt, 4 Stück insgesamt. Ja, davon habe ich jetzt hier nur eine abgebildet, weil die sind alle oder sind ja alle dasselbe. Ähm, einfach nur in einem anderen Farbton und da habe ich 4 Stück bestellt für 8,99 Euro das Stück. Und, ähm, das am 8. November und die sind gekommen am 11. November. Muss ich nochmal sagen, mega cool. Dann habe ich bestellt am 10. November, ähm, eine, ähm, Dashcam fürs Auto. Ich wollte schon immer meine haben und es hat sich jetzt angeboten gehabt. Hier steht jetzt noch ein anderer bei sich, ich glaube 70 Euro. Ähm, das habe ich nie gemacht. In meinem Augenblick, also in dem Augenblick, wo ich es bestellt habe, äh, war so für 40 Euro, für 39,99 drin. Und ich habe mich im Vorfeld viel erkundigt und die soll sehr gut sein. Zumindest in der Preisklasse, weil ich bin eigentlich nicht gewillt, wie ihr mich kennt, ähm, dort 500 Euro für so eine Dashcam auszugeben. Also man kann wirklich, ich sage jetzt mal ab 200 Euro aufwärts, ist kaum Grenzen gesetzt. Die machen aber deswegen trotzdem die besseren Bilder. Ähm, dazu gibt es aber extra nochmal ein Video. Ich glaube dann, wenn ihr das Video seht, nächste Woche müsste das sein, wo ich alles auspacke und euch nochmal ein bisschen was dazu erkläre. Genau, die habe ich bestellt, wie gesagt, 10. November und kam am 12. November an. So, dann habe ich bestellt, nicht für mich, aber für meine Großeltern, am 11. November eine Uhr, eine Funkwanduhr. Die haben halt einfach den ihres kaputt gegangen und weil die halt immer an die Uhr gucken in der Küche, haben sie gesagt, okay, wir brauchen was Neues. Und da habe ich eine bestellt und die kam am 13. November schon an für 67,50 Euro. Ist für meine Großeltern sozusagen das Weihnachtsgeschenk. So, dann habe ich bestellt am 12. November, Moment, muss ich nochmal draufklicken, am 12. November habe ich bestellt einen, ähm, ausziehbare Pole, einen Selfie-Stick. So in etwa kann man es sagen. Hat unten drunter trotzdem dann auch Füße zum Hinstellen. Und zwar kann man das ausziehen bis auf, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 95 Zentimeter oder sowas. Kann man es im Ganzen ausziehen und ist für genau die Kamera gedacht. Für die DJI Osmo Pocket, die ich ja benutze. Und da ist direkt eine Halterung dafür dran, so dass man halt auch mal, ja, ich sage jetzt mal, Aufnahmen von weiter oben machen kann, um vielleicht Drohnenflüge zu simulieren. Oder dafür war es eigentlich gedacht. Ähm, muss ich aber mal ausprobieren. Will ich mal ein bisschen, äh, ja, experimentieren. Aber das seht ihr dann auch, wenn es soweit ist. Und jetzt, genau, das habe ich bestellt für 34,77. Ähm, also hat es bei mir gekostet. Inzwischen kostet es, ich glaube, äh, nicht viel mehr, 36,99 oder sowas. Aber bei mir war irgendwie so eine Aktion und deswegen so ein ganz komischer Preis von 34,77. So. Das nächste können wir wieder kurz machen. Ich habe am 12. November, äh, mir einfach nochmal eine Hose bestellt. Äh, ja, kennt ihr ja nun schon. Äh, die ist am 15.11. angekommen. Und die kam diesmal, ähm, 31,98. Manchmal ist sie ja ein bisschen günstiger. Manchmal kostet sie nur 30 Euro. Manchmal ist sie ein bisschen teurer. Aber so in der Richtung. Wie gesagt, die Hose kennt ihr ja nun schon. So, dann habe ich mir bestellt am 16. November. Zwei Blu-rays. Ähm, eine war eine Vorbestellung. Und das andere war, ja, keine Vorbestellung. Die ist aber auch eine Woche vorher erst rausgekommen. Und zwar habe ich mir, äh, Cash Truck bestellt mit Jason Statham. Da war ich, ja, sehr gehypt drauf. Habe ihn auch schon gesehen. Cooler Actionfilm. Kann man auf jeden Fall machen. Die Blu-ray kostet 14,49. Und, äh, in dem gleichen Paket war halt dann, wo ich das, äh, bestellt habe. Oder für den Tag, wo ich es bestellt habe, kam der komplett neu raus. Jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig ausspreche. Shang-Chi und, äh, And the Legend of Ten Ring. Genau, of Ten Rings. Also der neue Marvel-Film. Shang-Chi. Nee, Shang-Chi. Und And the Legends of Ten Rings. Irgendwie so. Genau, der neue Marvel-Film hat gekostet 16,99. Und die waren halt zusammen im Paket. Habe ich auch schon gesehen. Auch sehr cool. So, dann habe ich bestellt im, ähm, Black Friday, muss ich einfach so sagen, einen neuen Echo Show. Und zwar den Echo, nee, keinen neuen Echo Show, überhaupt einen Echo Show. Einen Echo Show 5, der zweiten Generation. Ähm, ich wollte schon immer im Flur eine Wetterstation haben, wo man einfach früh auf den ersten Blick sieht, ach, so warm ist es heute oder wie auch immer. Und, äh, ja, da ich aber eigentlich keinen Sensor draußen haben wollte, dachte ich, okay, macht man sie übers Internet. Und dann bot sich das halt an. Der Echo Show kostet jetzt, oder normalerweise, 84,99. Und bei mir hat er gekostet, ich glaube, da war ein Angebot für, Moment, ich gucke mal, ob es hier steht, für, genau, 44,99. Und da dachte ich, weißt du was, wenn die jetzt, wann dann? Und da habe ich halt so ein Ding bestellt, der steht jetzt bei uns im Flur. Zeigt halt, wie gesagt, eigentlich nur das Wetter an, die Temperaturen und, äh, die Uhrzeit. Und das war's und das reicht mir auch völlig zu. Genau, das habe ich am 19. November bestellt und am 23. November ist es gekommen. Dann habe ich bestellt auch zwei Geschenke für unsere Kinder. Ähm, zwei Radios. Zwei Stand-Anlagen mit CD-Player, USB. Ähm, es ist ein SD-Karten-Slot drin, äh, einmal in Schwarz, einmal in Weiß. Und da hat eins gekostet, äh, nicht knapp 50 Euro, 49,99, genau. Habe ich zwei Stück bestellt, gibt es zu Weihnachten von Oma und Opa. Also, das passt schon. Genau, das habe ich am 26. November bestellt und ist jetzt angekommen am, Moment, am 30. Also, schon da, alles super. So, dann habe ich bestellt, wieder eine Blu-ray für 11,86 Euro. Und zwar am 26. November und die ist angekommen am 29. November, genau, 29. November und zwar Wrong Turn. So, ich bin ein riesengroßer Wrong Turn-Fan, zumindest von den alten Teilen, das ist jetzt die Neuauflage. Habe ich jetzt auch schon gesehen, war jetzt nicht ganz so meins, aber ist okay, gehört in die Sammlung. Kann man machen. Genau, habe ich bestellt, ist angekommen, alles gut. So, dann, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich habe nochmal drei Weihnachtsgeschenke bestellt, aber für die Kinder, oder für die, ja, doch für die Kinder meiner Schwägerin. Und dort, das möchte ich jetzt einfach nicht zeigen, weil die Chance, dass Sie es sehen, ist doch recht groß. Und deswegen nehme ich das jetzt einfach raus. Kam auf jeden Fall am 27. November, habe ich es bestellt, ist am 30. mit angekommen. Das ganze Paket hat 44,96 Euro gekostet, sind drei Sachen drin. Passt, alles super. Und damit Sie es nicht gleich sehen, lasse ich das einfach heute mal weg. Ja, und zu guter Letzt habe ich auch am 28. November bestellt, ist am 30. angekommen, einen 3D-Weihnachtssternbeleuchtung mit Batterie und Timer für draußen, für unseren Schuppen. Oben zum Dranhängen, damit einfach dort auch ein bisschen weihnachtlich leuchtet. Und das Ding in der Größe, 45 Zentimeter, also nicht zu groß, so in der Größe in etwa, macht seine Arbeit. Hat Spaß gemacht, kostet 29,99 Euro. Also, auch super, wie gesagt, zwei Tage später angekommen. Alles perfekt, wie immer bei Amazon. Ja, und das war meine letzte Bestellung im November. Waren doch wieder mit allen, mit den vier Schüsseln und sowas, ich glaube, 16 Bestellungen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, alles, was es zusammengekostet hat, blende ich euch natürlich jetzt gerade hier unten wieder ein. Ich denke, es hat mir dazugereicht. Es summiert sich halt dann doch immer. Und gerade mit den Radios und sowas, das ist ja dann doch mal ganz schnell 100 Euro weg. Und ja, aber so ist es nun mal. Es geht schon. Ich habe noch eine andere Sache bestellt. Auch dafür würde ein Video kommen. Ist leider noch nicht da, weil es aus Lettland kommt. Richtig, aus Lettland. Und was das ist, wie gesagt, zeige ich euch in einem Extra-Video, weil dort werden wir mit Sicherheit, Lorraine und ich, ein Video machen, wie wir es aufbauen oder wie wir es befestigen oder wie auch immer. Wird eine ganz coole Sache werden, hoffe ich. Ja, wie gesagt, das kommt aus Lettland, das dauert noch ein bisschen. Es wird extra angefertigt. Also, wenn die Bestellung kommt, wird es extra angefertigt und dann erst verschickt und dann dauert das halt immer alles ein bisschen. Genau. Ansonsten war es das mit meinem kleinen Video für heute. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Ideen gehabt, vor Weihnachten, wie auch immer. Wenn ihr das Video heute seht, wünsche ich euch natürlich noch einen schönen zweiten Advent. Denn wir haben heute Sonntag den zweiten Advent schon. Bittes Weihnachten kann mir lange hin. Ansonsten, nächste Woche gibt es ein Video von der Dashcam. Die, wie gesagt, die packe ich aus, wenn es euch interessiert. Und ansonsten schauen wir einfach mal, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen dalassen, gerne einen Like dalassen, gerne weiterzagen. Gerne ein Abo dalassen. Also, wir sind echt gut mit den Abos zurzeit. Wir haben 1836 oder sowas. Ich bin mega happy. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.